so heute soll es nun darum gehen uns eine arbeitsumgebung einzurichten mit der wir dann den kurs künftig bearbeiten können dazu geben wir zunächst einmal unser installations verzeichnis verzeichnis die software ist installiert worden unter c dann teil und dort finden wir einen ordner c51 und in diesem ordner examples finden wir dann letztendlich unsere hello.c oder unser hello projekt mit unseren dateien die zu diesem projekt gehören und dieses projekt können wir als basis für unsere künftigen projekte nehmen das heißt wir gehen mit der rechten maus das mal drauf sagen kopieren und dann entsprechend in diesem verzeichnis einmal einfügen so dass wir hier eine hello kopie bekommen gehe ich die mal drauf umbenennen nennen das mal et tutorials das könnt ihr dann nennen wie ihr möchtet et tutorials natürlich ein wunderschöner name ist okay dann haben wir prinzip unsere arbeitsumgebung eingerichtet die wir dann in unserem programm my vision aufrufen können dazu starten wir einmal my vision und gehen auf projekt open projekt und dann schauen wir mal ob wir unser projekt finden da ist es und da ist dann auch diese hello projekt datei die dort mit kopiert worden okay so ich schiebe das mal eben rüber so dass es sichtbar ist wunderbar ja dort haben wir unser projekt unsere unser c programm und wenn wir hier nochmal reingehen sehen wir ok unser port wird getoggelt also wird geändert von 0 nach 1 und dann gibt es ein printf auf der seriellen schnittstelle und ich möchte noch ein befehl hinzufügen den wir auch in der standard input output punkt h finden das ist der befehl get getchar und mit diesem befehl wird auf eine eingabe auf der seriellen schnittstelle gewartet so dass dieses programm jetzt nicht laufend durchläuft sondern letztendlich nach dem befehl getchar auf eine eingabe wartet kompilieren wir das ganze noch einmal linking ok no errors no warnings so dann können wir das ganze mal auf den emulator laden dann gehen wir uns mal ich habe es hier schon so eingerichtet falls ihr das noch nicht eingerichtet habt sollte das machen das ziel nummer ziel window hier diese uart 1 hier unten links dargestellt wird und unter peripherals port dass dort der port 1 eingezeichnet eingeblendet wird so wenn wir jetzt das programm starten mache ich das mal dann steht da einmal hello world und er hat hier im prinzip das niederwertige bit ausgeblendet und wenn ich jetzt mal auf die uart gehe und dort eine taste eingebe return beispielsweise dann springt das programm entsprechend weiter und jedes mal wenn ich dort ein return eingebe dann wechselt hier dieser port dann beziehungsweise hier wird auch eine neue zeile ein okay stoppen das programm jemand an der stelle ich möchte das programm noch einmal ändern ich gehe normal raus aus dem debugger so dass ich hier ganz normal in meinem programmier umgebung komme und dort möchte ich nicht dass er dieses diesen port toggelt sondern ich nehme auch mal den kommentar raus weil das stimmt sondern er soll den port 1 entsprechend immer um 1 erhöhen p1 plus 1 das heißt bei jedem durchlauf erhöht er erhöht der mikrocontroller den wert in port 1 das heißt er nimmt den wert port 1 addiert 1 dazu und schreibt das wieder in port 1 wir können das hier oben wieder kompilieren und auf den emulator laden und dann wenn wir das programm starten dann fängt er bei 0 an und jedes mal wenn ich return drücke dann wird entsprechend der wert von port 1 erhöht das ist bei 1 über 2 und so weiter hier die binäre darstellung der einzelnen port bits und hier auf der linken seite die hexadezimale darstellung interessant wie das bei 9 und anders als im dezimalen system springt die hexadezimale darstellung jetzt nicht von 9 auf 10 sondern auf 0 a 0 b 0 c und so weiter mikrocontroller arbeiten wie andere computer auch mit inter mit der binären darstellung für uns ist es häufig einfacher diese binären darstellung also dieses 1 1 0 0 würde hier stehen umzurechnen in die hexadezimale darstellung und wie wir mit binären zahlen und mit hexadezimalen zahlen umgehen und was binäre und hexadezimale zahlen überhaupt bedeuten das schauen wir uns dann beim nächsten mal an